Ich weiß nicht mehr. Herzlich Willkommen zurück zu Overwatch. Wir zählen auch nicht mehr runter, das ist überraschend. Ja, weil wir immer, weil jeder von uns beiden weiß, dass die Aufnahme eh läuft. Weil wir beide jeweils belastendes Material sammeln. Ich sag mal so, mit Nefias komm ich nie in Clinch. Sonst kommt hier die Wahrheit über Gorobai auf YouTube. Die Wahrheit. The True, ich mach mal. Wenn ich mit dem ganzen Scheiß mal aufhöre, weißt du? Dann mach ich einen Stream. Dann wird alles gedroppt. Dann wird alles gedroppt. Alle Videos, ungezeigte Szenen. Und nicht veröffentlichte Szenen. Und denk dran, ey, für jede 10 Euro Donation, ich dropp noch einen mehr. Ist so. Mach mit. Du fährst noch mal richtig ab zum Schluss. Für einen Zwani kriegt ihr die ganz turbulenten Sachen. Dann kriegt ihr die zugeschickt. Dann kann das euer sein. Dieses belastende Material könnte ihm gehören. Ah, schade, Mann. Schade, Mann. Ich bin ein Thomba. So bra. Durch mich ist Tracer gestorben, weil sie nicht mehr weglinken konnte. Aber dann bin ich gestorben, weil Junkwit seine scheiß Minen überlegenste haben. Genau der da. War einmal ein Hamster. Ich find's doof, dass, wenn ein Junkwit gehackt ist und er stirbt, dass er trotzdem seine Minen verliert. Das ist ja auch ganz skill, die der hat. Naja. Ein Passiver. Oh, nö. Das ist ein ganz böses Ende hier in diesem Gebruch. Komm noch raus. Hier ist gehackt. Da kann ich nicht mehr Schiff drücken. Nice. Das Einzige, was die gesungen... Hallo, Senjota. Kannst du mal auf den Winzen schießen? Oh, oh. Hi, nun. Ach, come on. Ich bin nicht mehr weggekommen. Ach, wir beide sind nicht mehr weggekommen. Oh, ja. Oh, nicht den Junkwit. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Warum geht der denn da... Warum ist die Person da weitergegangen und nicht auf den Punkt geblieben? Wer war das? War es doof? Nee, doof ist aber drauf. Sind wir noch drauf. War das Widow da? Was, Zaya? Zaya? Zaya kann sein. Ja, Widow ist noch da. Ja, muss Zaya gehen rein. Einer ist auf jeden Fall weitergelaufen. Scheiße. Jetzt war einmal ein... Jetzt war dann Orvo. Das ist aber... Warte, ist das ein YouTube-Video oder so? Das war von J.B. Oma ein Lied, glaube ich. Stimmt. Oh, lol. War einmal ein Laufsda, der hatte der Weiber viel. Polygamie, Polygamo, Polygamie, ja, ja, oh. Nach 60 Sekunden. Leitungsschule aktiv. Rückgeschlossen. Och, ja. Wieso sind es eigentlich immer die Weepers, die einfach nur Kuh drücken müssen? Die, die, die. Ich bin ein Alman-Apokalypse. Ich werde... Manchmal werde ich so müde. Bres Kuh. Bres Kuh. Ey, kann er doch auch machen. Was ist er denn? Wer ist er denn? Wer ist er denn überhaupt? Weiß ich, wer das da ist. Das war Reeper. Man, er findet das selber lächerlich, dass er gemacht ist. Da tut er einen so auf Lieb. Oh, scheiße. Oh, nice. Oh, Reeper ist richtig low. Ja, das war ne Hulti. Oh, war das nice. Nefias. Findest du das eigentlich, wenn die Leute zwischendurch so Nefias sagen? Macht dich das eigentlich so ein bisschen traurig? Nö. Das zeigt nur, dass die noch nie auf meinem Channel geguckt haben. Manchmal sagen die auch Guru Bay bei mir. So englischsprachige sagen immer ne Fias. Ne Fias. Ja. Ne Fias. What is going on there? Oh, jetzt ein Reihenhaar? Kann man sich mal geben, ne? Man ist gönnen so. Volle, harte Gönnungen. Ich bin besser in Janderdau. Optional kann man auch durchlaufen. Das ist perfekt. Ich hab ihn reingeschoben. Nein, nein. Nice, Hanso. Oh, das gefällt mir. Tracer kommt links. Keeper low. Da kommt Mitte. Hat sie nicht mehr geschafft. Hat sie nicht mehr geschafft. Victory. Reward Play of the Game wollen wir uns eigentlich garieren. Nö. Haben wir schon mal gesehen. Ich war dabei. What? Ach, scheiße. Das war doch niemals besser. Das war niemals besser. Als das, was er nicht mehr gemacht hat. Jede Wette. Jede Wette. Ich find's aber so geil, dass er so große Fresse hatte. Und jetzt halt nicht Play of the Game hat. Aber die V-Bowl, der hat einfach besser gespielt. Und hat das Play of the Game nicht gekriegt. Es tut mir tatsächlich so ein bisschen leid, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich find's geil. Da bin ich jetzt gerade schadenfroh. Äh. Auch, weil's ein Hanso war. Das machte ich halt noch. Scheiße. Hanso hat's einfach verdient. Es war einmal ein Han. Da hat sie frei verfing. Schon wieder dürfen sie. Wer war ich denn eben? Oh, Riesa, ne? Wenn ich jetzt das Hamster-Lead abspielen lasse, dann müssen wir bestimmt muten, oder? Ja, lass lieber. Ach, die JBO-Jungs sind cool. Obwohl das Platten-Label aber bestimmt nicht. Das Platten-Label wahrscheinlich nicht. Und die Bands, die Bands, die Bands ist das sogar, die Bands würden sogar drüber hinwegsehen, weißt du? Aber die Platten-Label nicht. Die finden das tatsächlich nicht so geil zwischendurch. Was mach ich denn hier, ey? So. Deswegen müsst ihr mit unserem Gesang da korrigieren. Wusstest du, dass MDK seine Musik nicht mehr für Videos akzeptiert? Doch, aber nicht nur die, die für Free Downloads verfügbar sind. Ne, es steht nirgendwo mehr, dass das... Doch, die Leitzins ist noch auf seiner Homepage. Aber nicht mehr. Die neuen nicht auf jeden Fall. Ne, die neuen verkauft er ja auch. Die darfst du dann natürlich nicht benutzen. Ich sag's bloß. Ja, die neuen, die nicht Free Downloads sind, die kannst du nicht benutzen. Aber alle, die noch Free... Wenn noch ein Lied kommen sollte, das Free Download ist, darfst du das benutzen. Wahrscheinlich nicht. Das ist natürlich... Ne? Die Chance ist gering, dass er mal aus Langeweile dann mein Lied baut. Dann verkauf das natürlich lieber. Ich muss aber sagen, das neue Lied fand ich nicht so cool. Ich find die alle nicht so cool. Aber ich wollt mal was anderes. Aber geht nicht mehr. Am besten nicht machen. Aber es gibt ja noch No-Copyright-Sound. Das ist auch okay. Eben. Auch wenn da steht, bei denen... Man soll sowohl den Künstler als auch das andere angeben. Das kann ich ja nicht, wenn ich da ein Video... No-Copyright-Sound hat aber kein Recht auf dieses Song. Wenn du guckst auf zig anderen Copyright-Seiten ist das auch. Also die haben da selber keine Rechte dran. Was erzählst du mir gerade? Was möchtest du mir sagen? Also, dass dieses Lied bei No-Copyright-Sounds nicht nur No-Copyright-Sounds anbietet. Achso. Das findest du auf zig anderen Seiten. Wo du theoretisch auch alles angeben musst, weißt du? Aber das ist ja Quatsch. Also, solange ich halt verlinke, wo man das findet, denke ich, sollte das sein. Ist das der selber Reaper wieder? Jawoll. Ja. Volle Gönnung. Wenn du da ein bisschen weiter zurückkommst, dann kann ich... Also ich musste den Reaper eben bomben. Den Reaper? Ist das Mei? Ist das etwa die Mei? Ich habe mich umgezogen. Nice. Ich sehe keine Gegner. Ja, die kommen gerade. Hä, hä, hä. Hä, hä. Hä, 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 hä. Komm, gesagt. Wenn du so einen... Wenn du so einen verstehst, weißt du... Weißt du... Polygambi, Polygambi. Oh, da hat er die Diva geschnapuliert. Aua, ich häng fest. Der Grund, warum wir bei Overwatch nicht so gut sind, ist tatsächlich, weil wir die Maps nicht auswendig kennen. Wir wissen nicht, wo man hoch kann. Wir wissen nicht, wo man nur gegenlurken kann. Genau. Das wird's sein. Ich bleib mal... Also oft bleib ich in Maps hängen. Wenn ich rückwärts laufe, plötzlich laufe ich irgendwie gegen so ein Auto. So zieht er es nicht? Manchmal, wenn ich zu... Wenn ich... Wenn ich gestresst bin. Ja. Also, konstant bei mir. Constantly. Constantly, Junge. Oh, da war einer. Da war low. Ich schwirr... Oh, mein Gott. Oh, Diva. Das ist immer gefährlich. Weg, 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 weg. Oh, mein Gott. Ich hab's nicht geschafft. Geht eigentlich die Morrow-Ulti durch das... What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Ich hab dem Reaper gerade einen Headshot gegeben. Geht die Ulti von Morrow durch das Sim-Shield? Ja, ich glaub schon. Für euch, Jungs. Die Diva müsste da irgendwo noch rumlungern Ja, die ist hier Da Bisschen markiert Hat auch einen Hit Ist der Raven jetzt Farrah? Ja Okay, der will mich abfangen Oh, ich brauche Heli Nein Ach, wie gut Wieso haben wir keinen Healer mehr? Wir hatten noch Ach nee, Moira haben wir noch Okay, alles gut Ich habe nichts gesagt Jetzt verlieren wir einen Punkt Voll Nee, 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 nee Ich bin gleich da Ich habe den Highground Jetzt denkt der Raven Der hat mit dem Wechsel zu Farrah ausgerissen Ich hau ab Toll Okay, ich komme weg Oh, wo will die Diva denn hier Geh mal weg, Alter Oh, Moira, das habe ich gesehen Das habe ich gesehen Das tut weh Oh, was? Als ob er da hinschiegt Hey, McCree, Alter Kleiner, dreckige Witch Google Ich habe auf die Diva geschossen Da schlechter, schlechter, schlechter Wow Was ist da passiert? Hast du das gesehen? Nein Hast du das gesehen? Gut Ich gucke deine Folge Schutze Stadtbild, passiert noch frischendrum. Technical Difficulties. So um das Simpsons Bild. Klassiker. Warum hat er noch einmal? Einer hat er noch gekriegt, ey, scheiße. Hier, ist für euch, Jungs. Eine kleine Aufmerksamkeit meinerseits. Oh, danke schön. Stuck. Wieder heize. Kommt die Farrah. Farrah? Gut, aber wo sie ist? Wo will die denn hin? Ist er weggeflogen. Äh, Angie. Äh. Loll, ich hab'n Hit gemacht. Oh, war die Diva nur. Oh, die Zaya, ey. Das war auch, das grenzt sich schon fast an das, was wir damals mit der Bae gemacht haben. Weißt du noch? Vor acht Folgen. Hula. Ist nicht so gut. Nö, ach mal nur immer wieder dieselbe Scheiße. Immer dieselbe Scheiße. Aber kommt von oben. Bestimmt ult. Dann haben so eine Widow. Alter, auf jeden Fall. Die Farrah, ne? Ja. Jetzt, jetzt auf jeden Fall. Also ich spätestens jetzt. Jetzt spätestens jetzt. Also, ja. Und er wird die nur benutzen, um dich zu tun. Dich abzufangen. Meinst du? Ja, nee, der will. Der hasst dich. Ich weiß nicht, ob er mich hasst. Oh, moin, da hat's ja nochmal Glück gehabt. Udo, kannst du mal rechnen? Reingelackt. Hä, was war das denn, Saya? Was ist denn das? Die hat sich doch verdrückt. Kuh, Kuh, Kuh. Okay. Komm ich jetzt Hanse hoch? Ja. Es war einmal ein Han. Der hatte Reiberfehl. Winston ist irgendwo hinter uns, ja? Ja. Der hat eine goldene Winston-Waffe. Oh! Wusstest du nicht, dass es solche Leute gibt? Doch, gibt's die. Mit Winston? Mit Winston? Ich dachte, es gibt nur Genji. Und Soldier. Genji, Hanzo. Und Reaper und Tracy. Mol-Raw. Die Standard-Sachen halt. Und Sim. Und Mercy. Shot of Pig, Mercy. Was war das denn? Das wäre immer cool eine Statistik zu sehen. Der Wallhacker? Von, von. Ich werde sterben. Uuuuh. Wir wollen cool eine Statistik zu sehen, von welchem Hero die meisten Goldwaffen gekauft wurden. Genji. Genji. Glaubst du? Ja. Kannst du es auch. Mercy ist auch sehr oft. Ja. Die ganzen Mercy-Mains. Mach ihn. Also weg, jetzt weg, jetzt weg. Die ganzen Mercy-Mains, als die Goldwaffen rauskamen, hat sich jeder eine Mercy-Waffe geholt. In Gold. Oh, scheiße. Weil, wer weiß, wie lange es die gibt. Solange der Vorrat reicht. Die Goldwaffen sind tatsächlich so das, was mich am wenigsten interessiert hat. Aber viele fragen halt immer. Welche Goldwaffen, weißt du, als Absolut? Wenn die Goldwaffen hat, was soll denn das? Also 3000 Punkte, ich kann mir jede Goldwaffe kaufen, die ich will. 3000 Punkte und es sind schon 10 Seasons. Das ist gar nicht mehr ausschlaggebend, weißt du? Ach, scheiße. Vor allem das. Und man kann sich halt, wie gesagt, jedes, jede blöde Dings kaufen, die man will. Ja, man ist gar nicht festgelegt auf irgendwelchen Helden, weißt du? Man kann halt auch für Bastian kaufen, wo du null Minuten Bastian gespielt hast. Ja. Das ist halt, ne? Wrecking Ball. Null Ausschlag geben. Instant Wrecking Ball, neu. Instant Goldwaffe. Ist völlig... Ui. Völlig egal, welche Goldwaffe du hast. Also natürlich kauft man eher die Goldwaffen für die Heroes, die man öfter spielt. Ja, das stimmt. Aber schöner Schuss. Aber das bedeutet ja nicht, dass man den besser kann. Oh, Gott. Du hast da die Gomorra-Goldwaffe. Dann hätte ich gerne mehr eine Statistik mit den sinnlosesten Goldwaffen. Oh, die Pharah hasst mich echt. Das ist unglaublich. Die konzentriert sich voll auf mich. Oh nein, sie hat nur noch drei HP. Oh, Genji hat sich geschafft, ey. Er ist auch geschafft. Ja, aber er ist reingedashed, hat sich geschafft und musste nochmal reinspringen. Genji, jetzt ist er auch noch down. Jetzt wird es ein bisschen kräftig. Das ist ein Hamster, ernsthaft? Es war einmal ein Hamster. Komm, schafft es, ihr schafft es, ihr schafft es, ihr schafft es. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Mach Shift! Ja, war Cooldown. Die Pharah muss weg. Der Rhinz muss weg. Der Rhinz ist gar nicht so schlimm. Doch. Mach also. Die Mora, ja. Hat sie mich noch erwischt um die Ecke? Ja, ist klar. Slow. Oh, Genji. Oh mein Gott. Das Problem ist, dass wir nur einen Healer haben. Das ist das Problem, was wir gerade haben. Und die haben zwei. Jetzt haben die auch noch einen Hanso. Oder hatten die den schon die ganze Zeit? Nee, der hat gewechselt, weil ich die ganze Zeit abgeschossen bin. Nein! Als ob! Ist nicht rausgegangen. Nee, weil ich an der Pädel stand. Aber der Sender hat das gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass mich nicht schubsen vom Hamster, bitte. Ah! Wir haben's da verkackt. Wir haben's das weggegangen. What the fuck? Raven hat wieder verloren. Just saying. Highlight des Spiels. Ja, was entscheidend nicht auf dem Punkt. Und, und, und. Heute gibt's Geschnetzeltes von der Saia. Dann geht er in die Saia, Holt. Aber er macht was mit dem Teamkill dann fertig. Weiß nicht wie. Aber war ziemlich gut eigentlich. Ja. Muss ich leider sagen, Nefias. Ja. So, wem kann ich noch was geben hier? Dem? Ich fand den doof ist gar nicht gut. Denk ich nur Sports mit. So. In diesem Sinne würde ich sagen, wie wir sehen, waren zwei Fragen. Bis dann. Haut rein. Tschüss. Tschüss. 秋 10 großartig. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.